hi wunderschön da bin ich wieder euer Odin und wir kommen zum nächsten unboxing zu den anderen vertikal Standfuß ich bin mal echt gespannt weil der sieht echt clean und dünn aus ist leider wieder alles Englisch da ich kein Englisch kann kann ich euch das ganz schlecht übersetzen ist aber ein vertikal Standfuß ich werde mal die Cam nochmal umschwenken so ach so eine Tüte muss ich hier runter so jetzt muss ich erstmal mein Dreck was ich hier drauf habe jetzt so der sieht ja knuffig aus der ist knuffig der ist cool der hat unten ist ja cool ich werde den mal jetzt hier hinstellen das war halt ein relativ kurzes Unboxing weil da ist ja nicht mehr mit drin ist halt nur dieser kleine Standfuß und den werden wir uns jetzt gleich mal im Hardware Video genauer anschauen dann würde ich sagen wir sehen uns gleich beim Hardware Video Ahoi sagt euer Odin zeigen euch nochmal und dann würde ich sagen bis gleich DER EIN DER EIN DER EIN Untertitelung des ZDF, 2020